Gut, hier wird abgetragen überall. Hey, bald nur noch vier Ebenen. Und sorry, ich mag es nicht, dass ihr die Treppe hier nehmt. Also muss ich euch die Treppe wegnehmen. Also... Also... Das ist die Treppe. Also... Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und wieder wird ein Haufen Unordnung hinterlassen. Das war's für heute. Jetzt darfst du weitergraben. Das war's für heute. 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 bei der 4. auf der Seite. sollte ich dann, da sollte ich туда, da sollte, sollte ich... denke ich mal okay ich richte dann auch schon mal den platten ist die gute frage arbeite ich von hier nach vorne oder treffen wir uns irgendwo in der mitte ist die gute frage ich fange wie immer von vorne an wobei wenn ich von hinten anfangen habe ich besser die breite so und dann oben bitte so damit ist auch der fletten task schon mal gesetzt ich würde aber sagen dass es jetzt langsam mal wieder zeit ist zu speichern denke ich das schon wieder bei dunkelheit aber gut also save game save overwrite und dann gibt es jetzt erstmal einen cut also bis gleich so 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 Bis zum nächsten Mal.